Hallo, ich bin Pedro Lehmann aus der Galle und das ist Alickechner, Sänger und Gitarrist über den Schlagzeugen Sven Wüsch. Also, meist gehört das Album. Ja, also in dem Jahr ist es sicher Nick Cave mit Push the Skies Away und so im Allgemeinen... ...Kid-A-Radio... Nee, weiss nicht. Das war jener Iles mit Schuh-Training. Schlimmstes Konzert? Puh! Ohne... Ohne Wärme. Nein, das war schon das Schlimmste. Es sind, glaube ich, 10 Leute an das Konzert gekommen. Wir waren als Kollegen, es war super, es war schön, dass Kollegen gekommen sind, aber wir haben irgendwie 500 Franken Miete gezahlt, dass wir dort spielen dürfen. Und es ist einfach auf Fußball. Ja, das habe ich lustig gemacht. Ja, ich erzähl. Ausgebtipp! Fein. Ich weiß nicht, es ist noch schwierig. Es ist ein Erfolg, kein Ausgamer. Nein, ich gehe eigentlich nicht los jetzt, aber... Nein, ich habe einfach dran jetzt nicht durch. ... Oben oder unten? Unten... Sitz oder Stehplatz? Sitz. Mit zwölf Jahren war ich Fan von... Oh nein, das kann ich nicht sagen. Ähm, ich weiss nicht, zwölf? Das ist sehr lang her. Ähm, haben Sie es gelassen? Bist du nämlich schon auf der Welt? Ja, Aschler. Ähm, keine Ahnung, ich glaube. Ich glaube, das hat jetzt erst mal angefangen mit Ärzten und mir baden. So langsam. Aber du, den Moment war es nicht. Ich bin ein Traum. 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 Träumen oder Realist? Ja, definitiv träumen. Ich glaube, das könnte man nicht so... Musik machen. Ich bin ein Traum. Ich bin ein Traum. Musik 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 Bier oder Schnaps? Ja, Bier, weil irgendwer verliert in der Karte überhaupt nicht vom nächsten Morgen von Schnaps-Rüsch. Geil. Als was vergleichst du dich für eine Muppe-Party? Oh nein, 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 sprach. Ja, jetzt gut, dann hätte ich... Vielleicht hätte es Bea. Ich will nicht. Wie viele Schuhe besitzt du? Oh, das ist ja gut, das ist ja so. So sieht das. Der grösste musikalische Erfolg. Der Gewinn von MFM Music. Definitiv. Das ist das Open Air Central. Open Air Central spielen, das ist... Ich glaube, das ist das schönste Konzert. Die schlimmste Hangover. Ich habe nicht irgendwie voll vergessen. Wieso echt das? Sex oder Fussball ist Sex? Sex oder Fussball ist Sex oder Fussball? Sex oder Fussball ist Sex oder Fussball? Sex oder Fussball ist Sex oder Fussball? auch 23 beating Sex oder Fussball? � 2.1 und voraussuss eritional Ich glaube, es war die Szede so, dass ich nicht gut momentan treiben kann. Es war schön, das war jetzt. Ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, um da zu sein, und wir kommen gleich wieder. Wuhuuu! Danke mal!